Beste Menschen, in den vorigen Videos ging es darum, wie die Holländer oder Niederländer fluchen. Krankheiten sind eine Sache, auch unter der Gütellinie kann man gut fluchen. Aber was ist das Problem mit Homosexualität? Und warum soll Homo überhaupt ein Schimpfwort sein? Bevor wir uns an die Schimpfwörter machen, wie redet man denn auf Niederländisch normalerweise darüber? Homosexuelle sind Homosexuellen, aber das ist eher ein kalter, klinischer Begriff, genau wie auf Deutsch. Früher sagte man übrigens Homophilen oder Homoromantisch, weil man das Sexuelle im Ausdruck vermeiden wollte. Aber solche Ausdrücke klingen heute seltsam altbacken. Wir schauen uns gleich an, ob man einfach nur Homo sagen kann. Weit verbreitet ist außerdem das englische Fremdwort Gay, das wirkt aber heute ein wenig überkandidelt. Aufpassen muss man hingegen mit dem deutschen Wort Schwul. Es gibt auf Niederländisch wohl Zwul, aber damit meint man nur eine erotisch aufgeladene, schwüle Stimmung im Saal. Mit Homosexualität muss das nichts zu tun haben. Und wie steht es um weibliche Homosexualität? Viele Frauen wollen sich unter dem Wort Homosexuelle nicht mitverstanden wissen. Das Wort Lesbienne klingt dann auch eher nach einer vergangenen Zeit wieder. Was bleibt? Vor allem das Adjektiv Lesbis wie in Lesbisse Frauen. Und ferner gibt es natürlich moderne Abkürzungen wie LGBT oder auf Niederländisch LHBT. Da wird dann immer wieder ein Buchstabe oder ein Pluszeichen drangehängt, damit man niemanden vergisst. Damit ist Holebi wohl leider aus dem Rennen. Holebi, das sagt man in Flandern für Homos, Lesbiennes und Bisexuellen. Oder man erweitert es zu Holebis and Transgenders. Homos. Also, wie steht es mit Homo? Kurz und knackig? An sich kann man sich gut vorstellen, wie zum Beispiel Yusuf sich selbst einen Homo nennt. Wenn aber Yusuf erfährt, dass die Leute hinter seinem Rücken sagen, hey, da kommt der Homo, dann denkt Yusuf sich wohl, warum sagen die nicht einfach, da kommt Yusuf? Der Ton macht die Musik, der Kontext die Beleidigung. Heute ist Homo mit das häufigste Schimpfwort in den Niederlanden, vor allem auf dem Schulhof. Und dabei geht es den Schimpfenden meist gar nicht um Homosexualität an sich. Man denkt an einen dummen oder weichen Menschen, an einen, der anders ist. Und eigentlich meinen die Schüler gar nichts anderes als Blödmann. Meine Frau ist Lehrerin und die lässt das nicht unkommentiert. Sie erklärt dann den Schimpfenden, stell dir mal vor, ein Mitschüler von dir ist homosexuell und der hört, wie du das als Schimpfwort gebrauchst. Was meinst du, wie der sich fühlt? Typischerweise reagiert der Schimpfende dann schockiert, betreten, spricht von Gedankenlosigkeit und verspricht Besserung. Aber was sind denn jetzt die eigentlichen Schimpfwörter für Homosexuelle? Berüchtigt ist der Ausdruck nicht, zu deutsch nichte, also das Wort für die Tochter des eigenen Bruders oder der Schwester. Wahrscheinlich geht es um die Verbindung von weiblich und klein. Das Eigenschaftswort heißt nichterich. Der alte Ausdruck sodomit oder sodomiter, den kennt man heute in mietje, eine Verkleinerungsform. Und schließlich ist auch flickerweit verbreitet. Und das haben teilweise Homosexuelle für sich als Trotzname verwenden wollen, als Häusenname, als Geusenname. Ursprünglich war Flicker wohl ein Wort für einen Menschen, dem man nicht vertrauen kann. Übrigens, nichts mit Homosexualität zu tun haben heute die Wörter sodomiterin und flickerin. Das sind abwertende Wörter für werfen, also schmeißen. Sodomiter ob bedeutet hau ab, verzieh dich. Und für Frauen, was lesbische Frauen angeht, da ist die sprachliche Fantasie der Hassenden begrenzt geblieben. Und das hat wahrscheinlich denselben tragischen Grund, warum früher männliche Homosexualität verboten war, meist aber nicht weibliche. Man hat weibliche Sexualität sowieso nicht zu ernst genommen. Bei den Schimpfwörtern, da fallen vor allem diese Wörter ein. Dose ist das Wort für Schachtel und letzteres wohl ein Verweis auf das weibliche Genital. Denselben Hintergrund hat wohl Pott der Topf. Beste Mensen, soweit also Schimpfwörter zu diesem Thema. Wie immer gilt, zu Hause nicht nachmachen. Danke fürs Zuschauen, tot ziens.